Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder ein One-Shot für alle Fans von Draco und Termine. Und diesmal habe ich ihn nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit der lieben Melina von Reading Book Channel. Ich schätze mal, die meisten von euch werden sie kennen. Und wenn nicht, dann werdet ihr sie kennenlernen. Ja, wie gesagt, haben wir das zusammen gemacht. Bei mir gibt es den ersten Teil zu hören und bei ihr findet ihr dann den zweiten Teil. Also ganz wichtig, wenn ihr das Video bei mir geguckt habt, klickt am Ende entweder auf den Link unten in der Videobeschreibung oder, ich weiß nicht auf welcher Seite, das I, da ist das Video auch verlinkt. Und ja, dann schaut auch bei ihr vorbei. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bis dann! Die Nässe und Kälte drangen spürbar durch die Schichten an Kleidung und sie nahm an, nicht nur ihr war es unangenehm. Sie konnte aber weder Harry noch Ron einen entsprechenden genervten Blick zu werfen, denn beide waren nicht hier. In Ordnung, bitte Ruhe! Rief McGonagall, die mit ihrer karierten Pudelmütze fast schon komisch aussah, während sie sich die Fäustlinge von den Händen schüttelte, die gerüttete Nase schniefend hochzog und aus den Tiefen ihrer Manteltasche eine Liste produzierte. Ich teile sie in ihre Zimmer ein, natürlich Mädchen von Jungen getrennt. Bemerkte sie knapp, verengte die Augen, denn sie trug keine Brille. Patil und Grant in die Eins, Rosings und Alistar in die Zwei, Bones und Deccan die Drei, Granger und Parkinson bekommen Nummer Vier, Booth und Sabini die Fünf, Higgins und Malfoy nehmen die Sechs. Und nein? Ergänzte ihre Lehrerin sehr eindeutig. Es wird nicht verhandelt. Es gibt kein Tauschen, keine Dreierzimmer, denn ich hab mir tatsächlich Gedanken gemacht. Entfuhr es ihr bitter. Und jetzt denke ich, möchten wir alle in trockene Kleidung wechseln. Wir treffen uns in einer Stunde in der Loge zu heißem Kakao und wer denn mag und darf, kann sich gerne einen winzigen Schuss in seinem Kakao genehmigen. Schloss sie vielsagend und Hermine konnte nicht mal aufzählen, was sie alles an dieser Entscheidung auszusetzen hatte. Die übrigen Schüler beschwerten sich verhalten und ein sehr alter Elf materialisierte schließlich aus dem Nichts und gebot ihnen zu folgen. Sie führte sie durch das untere Stockwerk, bis sie ein Treppenhaus erreichten und erklärte ihnen, die Treppe in den ersten Stock zu nehmen, um sich ihre Zimmer zu suchen. Wie die Erstklässler trotteten sie dem breiten Flur des charmanten Cottagees entlang und abgesehen von ihrer Zimmernachbarin fand Hermine es urig hier. Ganz abgesehen davon, dass sie nicht hatte herkommen wollen. Zumindest nicht hierher und nicht wirklich mit diesen Leuten. Aber letztendlich hatten Ron und Harry sie derartig provoziert, dass ihr keine Wahl mehr blieb. Harry hatte behauptet, Hermine wäre viel zu unkoordiniert und das nur nicht auf einem Besen, sondern so ziemlich auf jedem Sportgerät, dass sie besser in Hogwarts, auf der Couch, im Gemeinschaftsraum bleiben sollte. Ron hingegen hatte ihr klargemacht, dass es tatsächlich kalt wäre in den Alpen um diese Jahreszeit und dass sie die letzten Jahre immer vermieden hätte, durch hohen Schnee zu staxen, einfach weil sie Kälte nicht vertragen konnte und sowieso nur krank im Bett liegen würde, würde sie tatsächlich mitkommen. Und Hermine hatte beschlossen, diese Gelegenheit wahrzunehmen, um ihren Freunden zu zeigen, dass sie durchaus in der Lage wäre, sich anzupassen und dass sie kein Troll auf jedem Sportgerät war. Gut, sie kannte sich mit Wintersport nicht aus. Ganz zu schweigen vom magischen Wintersport. Und ja, in ihrem Kurs befand sich eine Handvoll Slytherins und vielleicht hatte sie eigentlich gar keine Lust gehabt, mit dem Ruhenkurs überhaupt eine Abschlussfahrt zu machen. Aber McGonagall persönlich hatte es angeleiert, hatte es eine Erholung nach dem Krieg genannt und Hermine machte der Unterricht Spaß, sowie die Vorstellung, McGonagall auf einem Snowboard zu sehen. Magisch oder nicht magisch? Allerdings behauptete McGonagall, vor 30 Jahren den zweiten Platz bei den Winter-McOlympics abgeräumt zu haben, was Hermine an ihrer Entscheidung zweifeln ließ. Und Harry und Ron waren sehr neidisch gewesen, als sich Hermine eingetragen hatte. Sehr neidisch. Die Gruppe hatte mit einem bereitgestellten Portschlüssel bis übers Meer apparieren dürfen, bis ins tiefer schneite Österreich, wo sie einen Muggel geschützten, unzugänglichen Pass erreichten, an dessen Spitze sich das verborgene Summit Inn befand. Geleitet von einer stämmigen Hexe, die Hermine vorhin nur aus dem Augenwinkel gesehen hatte, als McGonagall ihre Ankunft angekündigt hatte. Sie kamen zum Anfang der Saison, weswegen sie überhaupt genügend Zimmer bekommen hatten und Hermine glaubte aber nicht, dass die anderen Gäste sich großartig an ihnen stören würden. Vor der Nummer 4 blieben sie und Pansy stehen. Ihre Slytherin-Freunde schoben sich mit ihren schweren Koffern vorbei. Nicht mal das Gepäck tragen die Elfen einem! Beschwerte sich Blaise Sabini stöhnt, aber Pansy lachte auf. Sei nicht so verdammt faul, Sabini! bemerkte sie kopfschüttelnd. Ich und faul? rief er empört, schob sich die gestrickte Mütze höher in die Stirn. Warte, bis wir auf der Piste sind, dann zeig ich dir faul! Wir holen dich ab! mischte sich Malfoy ein und fing ihren Blick auf. Hermine fand es überhaupt nicht gut. Sie hatte keine Lust, dass diese Leute in ihrem Zimmer aufschlugen. Wenn es deine Anstandsdame denn gestattet! ergänzte er mit eindeutigem Blick aus seinen stechenden, hellen Augen auf sie, sodass Hermines Mund sich überrascht öffnete. Aber Pansy antwortete anstatt ihrer. Draco, bitte! Immerhin bin ich mit der Kriegsheldin auf einem Zimmer! Hermine verdrehte stumm die Augen gen Himmel. Super! Das würde wirklich super werden! Oh, richtig! Entfuhr es Blaze, als er sich an ihn vorbeigeschoben hatte. Benimm dich bloß! Kipp bestimmt direkt Punktabzug, wenn man Kriegshelden auch nur schief anguckt! rief er über die Schulter zurück. Und Pansy tippte endlich mit dem Zauberstab auf die Klinke, die sich knirschend bewegte, ehe die Tür nach innen aufschwang. McGonagall war am Anfang des Schuljahres so freundlich gewesen, die übrigen Schüler darauf zu drillen, ihr, Harry und Ron, nichts anderes als Respekt entgegenzubringen, für den großen Dienst, den sie der Zaubererwelt erwiesen hatten, und sie zu behandeln, wie man jeden Kriegshelden behandeln würde. Es war das Unwort des Schuljahres geworden. Und seitdem galten sie eigentlich nur noch als Kriegshelden, worüber sich die anderen Schüler, gerechtfertigterweise, nur noch lustig machten, denn es war einfach übertrieben. Wirklich übertrieben. McGonagall hatte gute Absichten gehegt, allerdings überschätzte sie den Respekt der Slytherins doch ein wenig. Oder den trockenen Humor der gesamten Schule nach dem Krieg. Sie wollten alle verdrängen und vergessen. Hermine genauso wie die anderen. Die Erholung kam in ihrer Theorie sehr recht. Aber in der Praxis würde sie sich wohl einige Sprüche anhören dürfen. Sie betrat das gemütliche Zimmer und im Kamin brannte bereits ein kleines Feuer, was den Raum angenehm aufheizte. Es war kein Luxus, aber es war privater als auf Hogwarts. Zwei Betten standen an der Wand. Lange Vorhänge verdeckten den Blick nach draußen. Aber es war ohnehin schon dunkel und vor dem Kamin standen zwei alte Sessel. Hinten an der Wand gab es noch einen großen Kleiderschrank. Und viel mehr brauchte man wohl nicht. Hermine vermisste nur eine weitere Sache. Wo ist das Bad? Wandte sie sich an Pansy, denn sie entdeckte keine zweite Tür. Ich fürchte, die Heldin muss sich mit dem Gemeinschaftsbad auf dem Flur begnügen. Erwiderte Pansy mit einem frechen Lächeln und deutete eine lächerliche Verbeugung an. Großartig! Das würde jetzt ganze vier Tage so gehen. Hermine atmete tief ein und zählte innerlich bis fünf und beschloss, nichts zu erwidern. Pansy räumte bereits ihren Manns hohen Koffer aus, belegte mehr als die Hälfte des bescheidenen Schrankes und Hermine überlegte, ihre Sachen einfach im Koffer zu lassen. Sie hatte ohnehin nur zwei Jeans, eine Schneehose und eine extra dicke Jacke neben drei Pullovern reingepackt. Was Pansy alles an Kleidung mitschleppte, war kaum ernst zu nehmen. Was hatte sie vor? Wollte sie sich dreimal am Tag umziehen? Hermine kommentierte es nicht, zog sich ihre Lektüre aus der Seite ihrer Tasche und warf das Bett auf den linken Sessel, bevor sie sich ihre dicke Jacke auszog. An die Garderobe hing, sich dumm trockenhexte und Pansy dabei zusah, wie sie sich ein komplett neues Outfit zurechtlegte. Wahnsinn. Hermine hatte nicht vor, sich umzuziehen. Sie würde höchstens ihren Schlafanzug anziehen. Das wäre alles. Sie würde auch nicht lange in der Loge bleiben. Die Reise über Port hatte sie ermüdet. Der ganze Krieg hatte Hermine ermüdet und sie hatte das Gefühl, noch immer nicht völlig erholt zu sein. Auch drei Monate später nicht. Sie ließ sich in den bequemen Sessel sinken, schlug ihr Buch auf und ignorierte Pansy, bis diese mit einem Stapel Klamotten aus dem Zimmer verschwand. Wahrscheinlich, um ins Gemeinschaftsbad zu gehen. Hätte Hermine das geahnt, wäre sie nicht mitgekommen. Aber jetzt war es nicht mehr zu ändern. Und gähnend blätterte sie die Seite um. Noch 40 Minuten konnte sie in der Parallelwelt des Buches versinken und sich einreden, dass es eine gute Idee gewesen war, hergekommen zu sein. Mit Abwägung betrachtete sie die Piste vor sich und war ein wenig verwundert über den Tatendrang und die Furchtlosigkeit der Touristen hier. Gestern Abend war sie der Höflichkeit halber in die Loge gegangen, hatte noch einen Kakao getrunken, sich mit Susan oberflächlich unterhalten, denn sie war die einzige, mit der Hermine relativ unbefangt sprechen konnte. Und dann war sie still und heimlich abgezogen, hatte sich bettfertig gemacht und offengesagt nicht einmal mitbekommen, wann Pansy zurückgekehrt war. Hermine war kein Draufgänger, auch wenn es die übrigen annehmen mochten. Absolut nicht. Und dass sie sich in einen lebensgefährlichen Krieg gestürzt hatte, war alleine dem Umstand geschuldet, dass sie es hatte tun müssen, um ihre Freunde und Familie zu retten. Einfach Gryffindor. Aber sofern sie der Gefahr, aus dem Weg zu gehen vermochte, tat sie für gewöhnlich auch genau das. Na, Kriegsheldin? Blaise Sabini trat neben sie, überragte sie um einen ganzen Kopf und schenkte ihr einen knappen Blick. Nicht, dass sie seine Augen erkennen konnte, aber er sah sie direkt an. Seine Augen blieben verborgen durch die stark verspiegelte Sonnenbrille. Er trug eine auffallende, grellgelbe Jacke mit irgendwelchen Symbolen, die Hermine Waage einer teuren Sportmarke zuordnen konnte. Dazu passend, hatte er eine dunkle Hose, eben jener Marke an, und seine Hände steckten in farblich abgestimmten Handschuhen. Sabini! begrüßte sie ihn, und er kratzte sich mit den behandschuhten Fingern den Kopf durch seine schwarze Wollmütze. Er war komplett winterfest verpackt und trug unter dem rechten Arm, was Hermine bereits Albträume bereitet hatte. Es ähnelte eher einem Surfbrett als einem Muggelsnowboard. Es war um einiges länger, besaß keine Schnallen für die Füße, und Hermine ging davon aus, dass man magisch auf dem Brett gehalten wurde. Es war glänzend schwarz lackiert, zeigte ebenfalls einige gallonenträchtige Symbole auf der Front, und Hermine nahm an, es handelte sich hierbei um einen sehr teuren Sport. Ich hoffe mal, du hast dich gut eingecremt. Hirnsonne verbrennt, bemerkte er mit einem zufriedenen Grinsen. Hab ich! Danke der Nachfrage! Hatte sie nicht, denn Hermine hatte daran überhaupt nicht gedacht. Auch trug sie keine Sonnenbrille, aber Schneeblendheit hielt sie für ein Gerücht. Sie sah sehr gut, trotz Schnee und Sonnenschein. Kein Interesse am Boden? Erkundigte er sie schließlich, als er das lange Brett wuchtig in den Schnee warf. Fast dachte Hermine, wäre es viel zu schade, es schmutzig zu machen. Sie wusste, einige ihrer Klassenkameraden benutzten ihre eigenen Boards. McGonagall hatte sie gestern beim Aufbruch aufwendig verkleinert und verstaut. Die meisten aber liehen sich die Bretter hier oben beim magischen Verleih. Nicht wirklich, erwiderte sie, nicht ganz sicher, warum sie sprachen. Es ist nicht schwer, es ist leichter als fliegen, behauptete er und schenkte ihr ein strahlendes weißes Grinsen, wie es nur Blaise Zerbini konnte. Er sah gut aus. Er sah aus, als würde er die Herausforderung auf so einem Board gut meistern. Und Hermine nahm seine Worte zur Kenntnis. Zerbini belegte keine Position in seinem Quidditch-Team, also nahm sie an, er sagte die Wahrheit. Aber Hermine hatte kein Interesse daran, es zu riskieren. Ja, ansonsten würdest du es auch nicht schaffen, mischte sich Pansy in ihr Gespräch ein, an dem sich Hermine ohnehin nur halbherzig beteiligte. Der Aufstieg allein war schon überall im Maßen anstrengend gewesen. Pansy trug ähnliche Kleidung wie Blaze, hatte ihre Haare ebenfalls unter einer Mütze verborgen. Nur bei Pansy dominierte ganz klar die Farbe Pink. Selbst ihr glänzendes Board war Pink, sowie die Ränder ihrer verspiegelten Sonnenbrille. Genau wie du, bestätigte Zerbini niggend. Pansy winkte ab. Auch ihre Hände steckten in Handschuhen, die ebenfalls Pink waren. Wer hätte es gedacht? Ihr seid beide solche Anfänger. Draco Malfoy trat zu ihnen. Ebenfalls ein glänzendes Board unterm Arm, aber seines war silbern. Tatsächlich trug er kein Schlangengrün, sondern ein ziemlich bestechendes Rot. In seinem Nacken wirbte sich eine dicke Kapuze und seine hellen Haare waren verborgen unter einer schwarzen Mütze. Auch auf seiner Kleidung sammelten sich die Marken und Embleme und seine Beine steckten in einer eleganten schwarzen Hose und endeten in festen schwarzen Schuhen. Seine Sonnenbrille war gelb verspiegelt und alle drei Slysuens hätten ohne weiteres Personen in einem schicken Werbekatalog für Winterurlaub sein können, dachte Hermine dumpf. Malfoy warf sein Board ebenfalls in den Schnee und Hermine begriff, dass sie wohl am Startpunkt einer Laufpiste stand, um den Ausblick zu genießen. Lust auf eine Wette, Granger? Erkundigte sich Malfoy tatsächlich bei ihr und auch seinen Blick konnte sie nur erahnen. Nein, Malfoy erwiderte sie offen und ehrlich. Seine Mundwinkel hoben sich darauf hin. Ich wette, ich bin zuerst wieder oben, fuhr er fort, ohne auf ihre Worte einzugehen. Wetten nicht? mischte sich Pansy ein und platzierte ihr Board sorgfältig neben dem von Blaze. Hermine beobachtete, wie sie all die Zauberstäbe in die Hand nahm. Scheinbar ein kombinierter Sport? Nie im Leben würde Hermine daran teilnehmen. Ihre Hand- und Augenkoordination war nicht direkt weltklasse. Malfoy sah sie abwartend an. Hermine verdrehte die Augen. Was sollte sie schon großartig hier oben tun? Mit den Slytherins zu wetten, war jetzt nicht unbedingt ein Regelbruch. Ich denke, Blaze ist eher oben, entschied Hermine nach reifer Überlegung. Daraufhin lächelte Sabine und fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Und wenn ich es bin, lade ich dich auf einen heißen Grock ein, rief Sabine siegesicher aus. Hermine würde keinen Alkohol trinken, aber rang sich ein halbherziges Lächeln ab. Soviel zu Frauenpower, bemerkte Pansy eine Spur beleidigt. Blaze hat übrigens eine Freundin, ergänzte sie mit zuckenden Mundwinkeln. Aber sie ist nicht hier, erwiderte Sabine eindeutig und Hermine wusste nicht, ob ihr das gefiel. Tja, weder Blaze noch Pansy werden es vor mir schaffen. Also, wenn ich als erster wieder ankomme, fährst du eine Fahrt, schloss Draco mit einem feinen Lächeln. Auf keinen Fall, entfuhr es ihr schockiert. Nicht allein, wir fahren als Doppel, ergänzte er knapp. Es ist ungefährlich. Das war es nicht, das war es ganz und gar nicht. Und abgesehen davon, dass Hermine weder mit Sabini Alkohol trinken, noch mit Pansy eine emanzipierte Front sein wollte, würde sie erst recht nicht mit Draco Malfoy im Doppel diese verdammte Piste runterfahren. Nein, danke. Wo ist denn deine Neugierde, Kriegsheldin? Dein Drang nach Abenteuern? neckte er sie mit eindeutiger Tonlage, aber Hermine verzog den Mund. Der Krieg war Abenteuer genug für ein ganzes Leben, Malfoy. Entkam es ihr mehr als bitter und betroffen schwiegen die anderen Slytherins. Denn es stimmte und sie wussten es alle. Wow, ich glaube, die Stimmung wurde gerade eiskalt ermordet. machte er einen geschmacklosen Wortwitz und Hermine wusste, sie sah Dinge ein wenig verbissen. Es war nicht so, dass sie immer noch spinnefeind waren mit den Slytherins, aber es war eben auch nicht wirklich so, dass sie es darauf anlegten, Zeit mit ihnen zu verbringen. Tja, doch recht feige für ein Gryffindor, schloss er Achsel zuckend. Hermine verdrehte die Augen, denn garantiert würden Harry und Ron sie ausfragen, ob sie es denn wenigstens einen Abhang hinunter geschafft hatte und wenn sie ihnen erzählte, sie wäre mit Malfoy zusammen gefahren, dann würde sie zumindest den Spaß an zwei schockierten Gesichtern haben. Bevor die Slytherins, also die Zauberstäbe zogen, lenkte Hermine ein. Okay, sagte sie ein wenig nervös. Okay, wiederholte Malfoy beinahe überrascht. Dann ist das ein Deal, ergänzte er mit einem charmanten Lächeln, was sie weder an ihm kannte, noch besonders schätzte. Er brauchte sie nicht dumm anlächeln. Meinetwegen, entgegnete sie und verschränkte ihre Arme vor der Brust. Sei dir nicht so sicher, rief Sabine ihm zu und dann bestiegen die Slytherins ihre Boards, gingen in die Knie, erhoben die Zauberstäbe und richteten sie nach unten. Fellox, riefen sie gleichzeitig und fast schrag Hermine zurück, als die Bretter mit so viel Geschwindigkeit nach vorne sprangen, dass sie nach hinten Schnee aufwirbelten. Schon sausten die drei den Hang hinab und Hermine bereute ihre Entscheidung sehr, sehr schnell. Schon erkannte sie die bunten Jacken fast nicht mehr und dann verschwanden sie hinter der Kuppe. Hermine beschloss sich umzusehen. Sie nahm an, es würde eine Weile dauern. Sie stapfte durch den festen Schnee, bis sie die Loge erreichte. Es war ein kombinierter Verleih mit intrigiertem Kaffee. Sie trat sich die verschneiten Füße ab und betrat die warme Stube. Einige Gäste saßen bereits vor dem Kamin mit nassen Haaren und roten Gesichtern, zufriedene Erschöpfung im Blick. Hermine begriff draußen Sport nicht, sie begriff schon drinnen Sport nicht Das sollte reichen, oder nicht? Sie bewegte sich zu dem freien Sessel neben Escher Higgins, dem Hufflepuff, mit dem Malfoy sein Zimmer teilte. Hey! begrüßte sie den Jungen, der sich nicht die Mühe gemacht hatte, seine Jacke auszuziehen. Hey! erwiderte er und starrte fast ängstlich ins Kaminfeuer. Alles okay? wollte sie von ihm wissen und Escher zuckte die Achseln. Ich hasse Schnee, murmelte er und Termine würde behaupten, dann war er hier falsch. Oh! entkam es ihr, denn vielmehr konnte man dazu wohl nicht sagen. Schnee ist nicht übel, ergänzte sie bloß. Es hatte viel geschneit auf ihrer Reise damals. Sie hatten im Schnee kampiert und hatten Merlin sei Dank komplexe Wärmezauber beherrscht, die das Zelt die ganze Nacht mit Wärme versorgt hatten. Ansonsten wäre es doch übel gewesen. Hast du gewusst, dass sie McGonagall überredet haben hierzu? sagte er schließlich grimmig und starrte in die Flammen. Wer? entfuhr sie ratlos und Escher wandte den ängstlichen Blick. Die Slytherins schloss er bitter. Sieh uns an, behauptete er dann und deutete um sich. Mehr als die Hälfte ihres Kurses drückte sich in der engen Loge herum heißen Kakao in den Händen und vielleicht vier befanden sich auf der Piste. Wir sind der Runenkurs ergänzte er eindeutig. Was soll das heißen? Das heißt, dass vielleicht die Quidditch Teams Spaß an sowas haben. Aber wir sind nicht die Quidditch Teams. Hermine begriff nicht völlig. Sie sind mit Absicht im Runenkurs, weil nur McGonagall sich zu etwas überreden lassen würde. Und das wussten die elenden Slytherins. Hermine verschränkte die Arme vor der Brust. Ich habe dagegen gestimmt. Wo waren eure Gegenstimmen, wenn ihr so viel Angst vor Schnee habt, ihr Feiglinge? Wollte sie wütend wissen, denn sie hatte sich ebenfalls schon gewundert. Escher atmete trotzig aus. Ja, sicher. Als ob die Mädchen Sabini und Mepha widersprechen wollen, beschwerte tun, bemerkte sie schließlich, denn drei Schüler alleine konnten nicht die Schuld daran tragen. Ich habe Asthma, erwiderte Escher bitter und Hermine hatte kein Verständnis für ihn. Sie hatte für sehr wenige Wehwehchen Verständnis seit dem Krieg. Escher, ich bitte dich, bemerkte sie bloß und sehr schnell bezog sie tatsächlich die Gegenposition nur um Escher zu widersprechen. Hermine war leider so und suchte immer das gute Gegenargument, ob sie die Meinung nun vertrat oder eben nicht. Du bist immerhin mit Pansy auf einem Zimmer, beschwerte er sich grimmig und Hermine würde sehr gerne tauschen, nur vielleicht nicht mit Escher. Hör auf zu jammern, schloss sie und erhob sich wieder. Sie hoffte, es waren nicht alle so negativ eingestellt. Aus den Augenwinkeln erkannte sie ihre alternde Professorin, der heute allerdings kein Alter anzusehen war. Ihr Gesicht war rot vor Kälte, einzelne Strähnen waren aus ihrer Frisur gerutscht und unter der Mütze blickte sie zufrieden in die Runde. Scheinbar hatte McGonagall gerade ihre Tour beendet und Hermine begriff nicht, wie eine alte Frau so viel Spaß an Wintersport hatte. Wäre sie eine alte Frau dann? Du schuldest mir was, glaube ich, vernahm sie die raue Stimme von Malfoy direkt hinter sich. Hastig wandte sie sich um. Verdammt! Das ging schnell! Entkam es ihr verblüfft. Er grinste lediglich, zog sich die Brille von der Nase, wurde die Mütze los und schüttelte seine hellen Haare auf. Sein Gesicht war ebenfalls gerötet und würde sie jetzt mit beiden Händen seine Wangen umfangen, wären sie bestimmt eiskalt. Sie verscheuchte die seltsamen Gedanken. Woher weiß ich, du als erstes... Aber sie wurde unterbrochen, als Sabini hastig die Tür aufzog und sich siegessicher umsah, bevor er sie beide erkannte. Oh, verdammt! Entfuhr es ihm verärgert. Okay, Malfoy war eher zurück. Er betrachtete sie seit einer Weile. Das wird nicht reich. Entschied Malfoy schließlich. Hermine wandte ihm ihre Aufmerksamkeit wieder zu. Er hatte an ihrer Kleidung hinab gebläht. Was wird nicht reichen? Entkam es ihr herausfordernd. Meine Sachen sind durchaus zweckentsprechend, auch ohne tausend Markenzeichen auf meiner Brust. Fuhr sie ihn an, aber er ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Wenn wir das machen, machen wir es richtig. Schloss er bloß und Hermine verzog den Mund. Ich habe garantiert kein Gold für so einen Quatsch! fuhr sie ihn an und wieder erntete sie ein ebenmäßiges Lächeln. Hat irgendwer behauptet, dass du das musst, Kriegsheldin? Erkundigte er sich glatt bei ihr und seine Arroganz verschlugen ihr die Sprache. Na los, Wettschulden sind Ehrenschulden. Kümmer dich um mein Bord, ja Blaze? Fandte sich Malfoy wie selbstverständlich ein Blaze, als wäre er sein Leibeigener. Das hatten wir nicht abgemacht, murrte Sabini schlecht gelaunt, aber Malfoy lachte auf. Tu mir den gefallen, erwiderte Malfoy und schlug seinem Freund auf die Schulter. Ja, ja, machte Sabini abwinkend. Tut mir leid, Granger, dein Schicksal ist besiegelt, ergänzte er und Malfoy lächelte darauf bloß kryptisch. Dann bedeutete er ihr, ihm zu folgen. Und Hermine war sich nicht ganz sicher, wieso sie sich mit ihrem Schicksal abfand. Aber bei solchen Unken wie Asher wollte sie auch nicht bleiben. Immerhin wären sie noch drei Tage hier. Wohin gehen wir? Wollte sie schließlich wissen, als sie die Loge wieder verließen und Pansy gerade schwer keuchend wieder oben ankam. Blaze schon hier? rief sie Malfoy zu und dieser reckte den Daumen in die Höhe. Ach verdammt! rief sie aus, winkte ihn aber zum Abschied. Hermines Blick litt nach rechts zum Verleih der Bretter, wo es auch Ausrüstung zu kaufen gab. Der Verleih ist da drüben, sagte sie verständnislos, als Malfoy in Richtung der Gondeln marschierte, die nach unten fuhren. Ich weiß, erwiderte er lächelnd. Wieso du stellst viele Fragen, Kriegsheldin? unterbrach er sie feixend. Seine grauen Augen flogen über ihr Gesicht. Hermine verstand nicht und so langsam nervte sie der Spitzname. Ich dachte, wir fahren die Piste falsch gedacht, möchte ich meinen. Erwiderte er schlicht und hielt die Gondeltür für sie auf. Mit verschränkten Arm stand sie vor ihm, stur wie ein Ackergaul, wie Harry sie manchmal liebevoll betitelte. Malfoy! entkam es ihr warnt und er seufzte theatralisch auf. Ich glaube nicht, dass wir spezifiziert hatten, was für eine Fahrt ich mit ihr machen möchte, oder? Er grinste ein Malfoy Grinsen. Sie hasste es. Du bist so ein Arsch! entfuhr es ihr. Es war impliziert! Nicht für mich, rechtfertigte er sich unschuldig. Ich hatte etwas anderes im Sinn, als ob ich dich zwingen würde, eine saugefährliche Talfahrt mit mir zu machen. Du könntest stürzen, dir beide Beine brechen. Und wie erkläre ich es Potter, dass ich die Kriegsheldin kaputt gemacht habe? Wollte er gespielt verzweifelt von ihr wissen. Hör auf damit! knurrte sie. Womit? Dann beschlich ihn Erkenntnis. Gespielte Erkenntnis. Ist der selte gewählte Name Wollte er wissen und Hermine hatte diesen Namen niemals selbst gewählt. Da wäre mir dein damaliger Spitzname lieber Malfoy wesentlich lieber. Und sie wussten beide worauf sie anspielte. Dass sie und Malfoy eine hässliche Vergangenheit hatten war kaum zu leugnen, aber seine Überlegenheit und sein endloser Vorrat an arroganten Lächeln verwischte. Wie wäre es wenn ich dich Granger nennen würde? Besser? Mag sein, entgegnete sie. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht mit dir ins Dorf fahren möchte, um weiß Merlin was zu tun. Du unterstellst mir böse Gedanken, Granger. Benutzte er ihren Namen mit Wohlworn. Immer. Entkam es ihr schneller als beabsichtigt. Zu schade, dass deine Leibgarde gerade nicht hier ist. Noch immer hielt er ihr wartend die Tür auf. Komm schon. Oder hast du Angst vor mir? Sie hatte natürlich keine Angst vor Malfoy. Sie könnte ihn mit dem kleinen Finger zerstören, wenn sie es wollte. Davon ging sie zumindest aus. Fein, gab sie sich widerwillig geschlagen. Merlin Granger, wenn sich alle Mädchen so anstellen würden, sprach er vielsagende Worte und ihre Stirn runzelte sich, als sie in die Gondel stieg. Wie viele Mädchen zwingst entkam es ihr verständnislos, als sie saßen und er die Tür zuzog. Die Gondel setzte sich in Bewegung und Hermines minimale Höhenangst beschleunigte ihre Atmung. Wenige, bekannte er sich nachdenklich, sah ihr knapp ins Gesicht, bevor er die Mütze wieder tief in die Stirn zog. War es ein Date? Fragte sie sich unwillkürlich, denn sie begriff nicht ganz, was tat Malfoy hier? Gab er sich ernsthaft Mühe? Sie war sehr verwundert. Sein Blick hatte etwas strafendes, bevor er die Brille wieder aufsetzte. Du hast dich nicht eingecremt, bemerkte er kopfschüttelnd und Hermine konnte nur annehmen, dass die Hitze in ihrem Gesicht daher rührte, dass sie langsam einen Sonnenbrand bekam und nur daher. Ja. Bis zum nächsten Mal, Zeit. Wir zerstören,